Herzlich willkommen bei SIKO. Ich möchte Ihnen heute den neuen hochauflösenden Absolutencoder MSA213K vorstellen. Seine Vorteile liegen neben der präzisen Positionserkennung in den zahlreichen Schnittstellen und der guten Montagefähigkeit. Das ermöglicht eine leichte Integration in die Anlage- und Steuerungsumgebung der Anwendung. Messtechnisch überzeugt der Encoder MSA213K mit seiner hohen absoluten Auflösung von einem Mikrometer, wodurch jederzeit eine präzise Positionserkennung gewährleistet ist. Die realisierte Wiederholgenauigkeit von plus minus einem Mikrometer erlaubt jederzeit eine zuverlässige Nutzung, beispielsweise im Positioniersystem. Diese Performance wird dabei mit dem absolut kodierten Magnetband MBA213 über eine Messlänge von bis zu 16 Metern erreicht. Damit der MSA213K möglichst flexibel in die Anwendung integriert werden kann, stehen unterschiedliche Schnittstellen zur Verfügung. Neben den Basisvarianten mit BIS-C und SSI kann der Sensor auch mit IO-Link verwendet werden. Zusätzlich steht parallel eine inkrementelle Schnittstelle als digitaler Line Driver oder analoger 1V-Spitze-Spitze-Sinus-Cosinus-Signalausgang zur Verfügung. Hervorgehoben werden muss auch die gute Montagefähigkeit des Encoders. Die bewährten Anbaumaße und der große Leseabstand von bis zu 0,8 mm ermöglichen zusammen mit dem um 270 Grad drehbaren Stecker eine einfache Integration in das Zielsystem. Über den Link in der Videobeschreibung finden Sie weitere Informationen zum Absolutencoder MSA213K. Es würde mich freuen, wenn das Produkt für Sie und Ihre Anwendung interessant ist. Bitte kontaktieren Sie mich gerne, wenn Sie Interesse an einem Testgerät oder weitere Fragen haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.